Was ist hier los, Maria? Hat jemand gebrotstert? Nur ein kleines Dinner für zwölf. Dreizehn? Wer war das? Dad hat mich eingeladen. Er hat kein Wort gesagt. Typisch. Ich will keine dreizehn Gäste an meinem Tisch. Das bringt Unglück. Ich brauch noch eine Frau. Madame, ich bin Dienstmädchen. Das werden wir doch nicht sagen. Ich kann nicht lügen. Ich bitte Sie, Maria. Alle Frauen können lügen. Man muss einfach nur lächeln. Und wie ist das? Sie strahlen. Ich bin David Morgan. Ich bin Maria. Kein Familienname? Nicht-deuter-habend. Reden Sie einfach nicht zu viel. Sie sehen aus wie Hugh Grant. Trinken Sie nicht zu viel. Lassen Sie mich mal. Ich bekleckere mich gern mit Wasser, damit Frauen mir zur Hilfe kommen. Ein Geschenk für dich. So ein Fiasko. Sie trifft sich mit ihm, Bob. Oh mein Gott! Das ist wie ein Autounfall in Zeitlupe. Ist er etwa in Sie verliebt? Ist das möglich? Gib es zu. Sie hat einen tollen Arsch. Oh, Bob. Ich kann mich nicht unter diese Leute mischen. Ich kann's nicht. Das ist nicht Ihre Welt. Sie spielen außerhalb Ihrer Liga. Er liebt mich, Madame. Sie betört mich. Wir sollten David die Wahrheit sagen. Nein, ich brauche das Geld. Ich habe etwas gefühlt, als er mich angesehen hat. Das Einzige, was Sie gefühlt haben, war Alkohol. Ich bin eine Frau. Kein Dienstmädchen. Ich bin genauso viel wert wie Madame. Ich habe einen einfachen Wunsch. Ich will glücklich sein. Wünsch. Wirklich. Wie bitte, Herr Spahn. Untertitelung des ZDF, 2020